Nummer 6 für die Weltkrieg und auch noch Thomas Hornwürger Sächsischer Wiedermeister im Juhland und Sächsischer Meister im Hardoppel Applaus 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 Ja, der ist, glaube ich, stark. Man kann es immer schwer sagen, wenn er nichts trifft. Man lasst nicht, wie es ausschaut, wenn er anfängt. Von der Bewegung ist er verspannt. Ja, ich sag, naja, trifft man nicht ganz so der Marco und dann kann man schlecht sagen, wie das ausschaut, wenn er warm wird. Und dann ist er so. Oh, mein Gott. Bravo. 18. 21. 22. 26. 23. 23. 24. 25. 25. 29. 27. 27. Applaus 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 Der Roller! Der Roller! Jaar! Applaus 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 Peki